Da wir nicht jedes brisante Thema einzeln aufgreifen möchten, um dem Thema des Kanals, persönliche Weiterentwicklung, treu zu bleiben, haben wir etwas ganz Besonderes für dich. Dieses Video wird Klarheit zu einem ganzen Thema schaffen, dich zu einem gesunden, gedanklichen und emotionalen dazu Verhältnis führen und mit den größten gemeinsamen Mythen aufräumen. Wir reden vom Mythos der Reptiloiden. Wir beziehen uns heute auf Autoren wie David Icke, LEN Kasten und weiteren. Demgegenüber stellen wir wissenschaftliche Fakten und rationale Erkenntnisse zur Verfügung. Ein Detektiv mit einer Lupe, dem Kanal treu bleibend, einer 100-Sekunden-Buchzusammenfassung über die gesammelten Werke zu verschiedenen Verschwörungstheorien untersucht und sich heute mit einer meiner Meinung nach sehr abgedrehten, aber auch mit faszinierend vielen, vielleicht bearbeiteten Fotos untermauerten Theorie beschäftigen, der der Reptilien-Elite. Dazu gibt es Bücher von Autoren wie David Icke. Verschwörungstheorien gibt es wie Sand am Meer, von der Mondlandung bis zu 9-11. Aber was steckt wirklich dahinter? Und warum glauben so viele Menschen daran? Ein Stapel Bücher mit dem Titel Verschwörungstheorien. Wir haben die besten Bücher zum Thema durchforstet und präsentieren dir heute die spannendsten Erkenntnisse. Ob du nun ein Skeptiker oder ein Gläubiger bist, dieses Video wird deine Sichtweise erweitern. Guten Tag allerseits. Ich danke Ihnen für die Gelegenheit, meine Forschungen über die Existenz von Reptiloiden zu präsentieren. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass wir die Augen für das Öffnen, was im Verborgenen geschieht. Hier sind einige Indizien für die Existenz von Reptiloiden. Historische Texte und Mythen Schon seit Jahrtausenden sprechen alte Texte und Mythen von reptilienartigen Wesen, die mit der Menschheit interagieren. Gnostische Texte wie die Nakamadi und biblische Apokryphen wie die Totenmeer-Schriftrollen enthalten Hinweise auf höhere vibrierende Wesen, bekannt als Archons, die auf der Erde als Menschen erscheinen, aber ihre wahre reptilienartige Form maskieren eins. Blutlinien und Machtstrukturen Politische Ereignisse und Manipulation Die Destabilisierung des Nahen Ostens durch westliche Mächte und andere globale Ereignisse können als Beweis für die Manipulation der menschlichen Gesellschaft durch reptilienartige Wesen gesehen werden. Diese Wesen sollen nach der Kontrolle über die Ressourcen und die Machtstrukturen der Erde streben, zwei. Die Implikationen, sollten diese Indizien zutreffen, sind immens. Wir könnten in einer Realität leben, die von Wesen kontrolliert wird, die nicht unser Bestes im Sinn haben. Die Freiheit und das Wohlstandspotenzial der Menschheit könnten unterdrückt werden, um die Agenda dieser Reptiloiden zu erfüllen. Und denk dran, egal was du glaubst, Wissen ist Macht. Also, bleib neugierig und hinterfrage alles. Ein Superheld mit einem Buch in der Hand, das wissend darauf steht. Wie findest du dieses Konzept? Ich schätze David Ickes Engagement für seine Arbeit, aber es ist wichtig, einen wissenschaftlichen Ansatz zu wählen, um solche Behauptungen zu prüfen. Hier sind einige Gegenargumente. Mangel an empirischen Beweisen Die Hauptkritik an der Reptiloiden-Theorie ist der Mangel an empirischen Beweisen. Es gibt keine physischen Beweise wie Fossilien, DNA-Proben oder klare fotografische Beweise, die die Existenz von Reptiloiden bestätigen. Anthropomorphisierung und Mythen Die Idee von Reptilienartigen Wesen könnte eine Anthropomorphisierung natürlicher Ängste und Mythen sein. Reptilien können in vielen Kulturen als Symbole des Bösen oder der Gefahr angesehen werden, und diese Symbolik könnte in Mythen und Geschichten übernommen worden sein. Bestätigungsverzerrung und kognitive Dissonanz Es ist auch möglich, dass Bestätigungsverzerrung und kognitive Dissonanz eine Rolle spielen, wenn Menschen glauben, Beweise für Reptiloiden zu sehen, wo keine existieren. Die Idee von Reptiloiden, die die Erde kontrollieren, ist faszinierend, aber ohne solide wissenschaftliche Beweise bleibt sie im Reich der Spekulation und der Fiktion. Es ist wichtig, dass wir uns auf nachprüfbare Fakten und Beweise konzentrieren, um unser Verständnis der Welt zu erweitern und nicht auf unbegründete Theorien.